Kopf vor dem Landgericht Bonn abgelegt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und was klingt wie in einem krassen Mafia-Film ist tatsächlich Realität geworden, denn vor dem Landgericht in Bonn wurde ein Menschenkopf abgelegt. Das muss man erstmal wirken lassen, das ist, ähm, das ist krass. Also, ich hab mir gerade die Zeitungsartikel darüber nochmal durchgelesen und wenige Meter daneben saß ein Mann völlig regungslos, der mittlerweile festgenommen wurde. Umso wichtiger für uns, dass wir uns das einmal juristisch anschauen, wie das hier überhaupt zu bewerten ist. Was man sich dann natürlich als allererstes fragt ist, wie kommt dieser Kopf dahin? Und warum vor allen Dingen auch? Und wo ist die Leiche? Eine Person saß wenige Meter völlig regungslos daneben, so haben es Zeugen berichtet und diese Person wurde auch wegen Störung der Totenruhe, also wegen Paragraf 168 StGB festgenommen. Warum? Selbstverständlich laufen oder liefen anfangs natürlich die Ermittlungen auf Hochton. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet, also, ne, immer wenn es dann zu einem Tötungsdelikt, Morddelikt kommt, dann wird eine Sonderkommission eingerichtet von erfahrenen und ermittelnden Beamten, die sich dann mit diesem Fall auch befassen und so war es natürlich auch hier. Aber hier konnte man aufklären, dass die Person eines natürlichen Todes gestorben ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn du jetzt hingehst und von dieser toten Person den Kopf abschneidest, was ja schon, das, ey, was geht ab so, das ist ja schon ziemlich krass. Und wenn du dann von dieser Person den Kopf abschneidest und den dann irgendwo hinlegst, dann kann das ja gar nicht straflos sein, ne, die Person ist schon tot, das heißt, ein Mordtotstag kommt nicht in Betracht. Aber Paragraf 168 StGB und den schauen wir uns mal an. Ich selber hatte den, glaube ich, erst einmal in meiner Laufbahn als Strafverteidiger, wahrscheinlich, weil solche Leute, die sowas machen, eigentlich nicht zu mir kommen, damit ich die verteidige. Paragraf 168 StGB. Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teile des Körpers eines verstorbenen Menschen, eine tote Leibesfrucht, Teile einer solchen oder die Asche eines verstorbenen Menschen wegnimmt, oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine Aufbewahrungsstätte, Beisetzungsstätte oder öffentliche Totgedenkenstätte zerstört oder beschädigt oder wer dort beschimpfenden Unfug verübt und nach Absatz 3 ist auch der Versuch strafbar. Ja, kann man mit ihm anfangen, muss man sagen. Dieser Straftatbestand ist mehr als schwierig formuliert. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wer unbefugt, also ohne Berechtigung, aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teil des Körpers eines verstorbenen Menschen wegnimmt, oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt. Was ist denn beschimpfender Unfug? Beschimpfender Unfug ist, das schauen wir uns auch einmal zum Mitschreiben an, beschimpfender Unfug liegt dann vor, wenn eine besonders derbe Miss- oder Verachtung gegenüber dem Verstorbenen zum Ausdruck gebracht wird. Das heißt also, derbe Miss- und Verachtung gegenüber dem Verstorbenen. Sind wir ganz ehrlich, den Kopf abschneiden, wenn er das denn dann letzten Endes gewesen ist, das ist mindestens beschimpfender Unfug, das ist mindestens eine derbe Miss- und Verachtung des Verstorbenen, denn sowas macht man ein. Wenn ich sage, sowas macht man einfach nicht, das ist so, natürlich macht man sowas nicht. Also das ist echt schon relativ heftig, relativ absolut heftig. Das ist eine Straftat, das wird geahndet, haben wir uns gerade auch kurz angeguckt, und zwar mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Dafür muss man natürlich schauen, hat die Person denn den Kopf abgetrennt und letzten Endes vor dem Bonner Landgericht hingelegt? Hat die Person überhaupt den Kopf da hingelegt? Man mag sich die Situation ja auch mal vorstellen, da läuft dann jemand, also wie, hä? Läuft der mit dem Kopf in der Hand dann rum? Wahrscheinlich war es in der Tüte eingewickelt oder so. Allerdings hat die Person auch den Hinweis gegeben, wo sich der Rest vom Körper befindet, hat dann da gesagt, pass mal auf, hier das Opfer liegt da und da, und so konnte man letzten Endes ermitteln, dass es kein Totschlag und auch kein Morddelikt gewesen ist. Aber dennoch total heftig, gerade in so einem Bereich wie dem Landgericht oder jedem Gericht oder jedem öffentlich zugänglichen Ort, wo viel Personenverkehr ist wie dort, also welche Symbolwirkung dahinter steckt, kann ich auch bei Anstrengungen meiner Fantasie jetzt irgendwie nicht so richtig ersehen, keine Ahnung warum und wieso. Aber das klingt wie aus einem Mafia-Film, ist echt schon wirklich krass. Die Leiche lag einigen Kilometer davon, entfernt von dieser Person, die eines natürlichen Todes gestorben ist. Und was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ob der 38-Jährige, der da festgenommen wurde, mittlerweile aus der Haft ist. Eigentlich sollte er aus der Haft entlassen werden, die Strafe. Also das ist natürlich, wenn er es gemacht hat, geht es gar nicht, klar. Aber dafür muss nun mal niemand in den Knast, die Höchststrafe liegt bei drei Jahren. Bei Obdachlosen spricht man auch häufig von Fluchtgefahr, weil die halt keinen festen Wohnsitz haben und lässt sie in Haft bis zum Beginn eines Strafverfahrens und bis zur Durchführung des Strafverfahrens, bis zur Verurteilung, das finde ich eigentlich falsch. Aber das nimmt man halt häufig so an. Vielleicht erkläre ich euch nochmal ein paar Beispiele. Was ist eigentlich noch alles die Störung der Totenruhe? In der Vergangenheit, da gab es mal eine Halloween-Party und da kamen Leute auf die Idee, also sowas bitte auch lassen, das war Oktober 2017. Da kamen die Halloween-Leute auf die Idee, das so zu feiern, dass man auf den Grabsteinen getanzt hat und dort dann gefeiert hat. Da entschied dann, der Kameramann guckt sich an, schüttelt so mit dem Kopf, ja solche Leute gibt es. Das ist Paragraf 168 StGB, das ist eine Straftat. Der BGH legt diesen Straftatbestand, wie ich finde, auch zurecht, weil über Tote darf man eigentlich auch gar nicht mehr reden. Das legt man einfach sehr, sehr weit aus. Noch ein weiteres Beispiel für die Störung der Totenruhe ist es auch, wenn man eine Urne klaut. Auch das gehört sich nicht. Oder wenn man Grabbepflanzungen rausreißt oder ähnliches, auch das gehört dazu. Auch dann ist man mittendrin im Straftatbestand auf 168 StGB. Ich möchte an der Stelle auch noch mal auf ein anderes Thema eingehen, nämlich der Axtmörder aus Niedersachsen. Ein 36-jähriger Mann soll die einen 39-Jährigen mit einer Axt getötet haben. Und zudem nach der Tat, so ergibt es das hier auch gerade aus dem Bericht, den ich hier offen habe, der 36-Jährige soll nach der Tat seine Ex-Frau auch noch vergewaltigt haben und ist nach wie vor flüchtig. Das ist natürlich krass. Die Polizei hat da natürlich auch eine Telefonnummer veröffentlicht, im Hinblick auf die Mordkommission Weser, wie sie heißt. Also wer da Hinweise auf den Mordmaschentäter hat, soll sich da hinwenden. Und ich möchte mal mit drei, vier Sätzen vielleicht mal darauf eingehen, wie die Polizei jetzt danach fahndet. Wenn diese Person zu Fuß unterwegs ist, vielleicht sein äußeres Erscheinungsbild geändert hat, Bargeld dabei hat, seine Handynummer nicht mehr benutzt, dann wird es wirklich schwer, diese Person zu finden. Also grundsätzlich, die Ermittlungen der Polizei sind sehr, sehr gut, sehr, sehr präzise. Gerade, was die Fahndung nach Flüchtigen angeht. Da schaut man sich das Umfeld an, man hört dann die Angehörigen ab, schaut oder natürlich erstmal schaut man mit einer stillen SMS, wo quasi die GPS-Auswertung seiner Mobilfunknummer, wo befindet sich die Person. Gerade, wenn eine neue Handynummer hat, wird es schwierig. Man hört die Angehörigen ab, man schaut, findet da noch Kommunikation statt, sagt vielleicht die Mutter zum Bruder am Telefon, ey, der ist jetzt gerade im Park in Hamburg oder so. Das übernimmt die Polizei dann auch als Ermittlungsansätze. Das ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass die Person außer Landes ist bisher. Auch das weiß man, es stand jetzt noch nicht. Jedoch gerade die technische Kommunikation, ja, und auch die Digitalisierung, die bietet natürlich sehr viel Ansätze. Was auch richtig und was auch wichtig ist, hinsichtlich der Fahndung nach Flüchtigen an der Stelle. Und die Polizei ist dann natürlich, die hat ja auch hier Fotos veröffentlicht. Auch das kann man mal thematisieren. Selbstverständlich, wenn es zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen könnte, dann darf man auch im Wege der Öffentlichkeitsfahndung, das hatten wir ja schon mal in einem Video erörtert, darf man Fotos von dieser Person dann veröffentlichen. Denn selbstverständlich setzt das auch nochmal enormen Druck auf den Täter aus. Das Ganze geht auch völlig problemlos vor dem Hintergrund der Unschuldsvermutung, denn hier ist der Tatverdacht dringend, er wird mit Haftbefehl gesucht. Natürlich kann man hier seine Fotos mit der Bitte um Mithilfe veröffentlichen. Also bitte Augen auf und Vorsicht, das ist natürlich krass, was da passiert ist. Der Täter ist nach wie vor flüchtig. Mal schauen, wann und wie er gefasst werden wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er gefasst werden wird. Zwei Themen, ja, ich berichte gar nicht so gerne eigentlich über Mord und Totschlag. Aber der Kopfhund vor dem Landkirch Bonn und auch hier der Axtmörder, die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich hoffe, ich konnte euch diesbezüglich ein bisschen aufklären. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.